hallo und willkommen zu let's play minecraft so mikrofon noch kurz gerichtet ja es ist jetzt heute der erste weihnachtsfeiertag an dem ich das aufnehme daher haben wir hier auch diese schönen geschenkkisten ist doch ganz süß ist doch ganz lieb ist doch wunder hübsch okay es hat außen dunkel ich gehe deswegen direkt wieder ins bett und ja das letzte mal sind wir stehen geblieben wir sind von unserer höhlentour zurück gekommen und ich habe angefangen den minenweg zu bauen da möchte ich jetzt auch direkt weitermachen allerdings möchte ich den weg hier ein bisschen breiter machen damit ein bisschen weiter hinter verlegen damit ich den schweinen ein größeres gehege geben kann so perfekt dran vorbeigebaut ja das macht man jetzt mal noch nicht das mache ich nachher gleich als erstes legen ja mal den weg dahinter so 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 also wonderful genau da habe ich mir überlegt hier ja wie macht man das je nachdem was da hinten hinkommt aber ich glaube ich lasse hier mal den kies den steinweg so auslaufen mache daraus dann kies einfach kies ohne steinrandbegrenzung damit es so ein bisschen wirklich auch minentechnisch ausguckt guck mal kohle dann nehmen wir doch direkt mit klopf 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 süderle dann muss ich mal den süder denkt also ein politiker dann denke ich mir süderle und per steinbrückerle steinbrückerle und ja merkele wie genau ich das hier mache weiß noch nicht könnte natürlich das ein bisschen umbauen ja das ist nicht ich habe eine idee hier erst mal das noch abtragen dann essen wir was und dann fangen wir an den kies aufzuschütten ja aber so viel kies wie ich dachte habe ich jetzt doch gar nicht eingepackt gehabt ich habe ja noch nicht mal alle wege aufgeschüttet oder habe ich da hinten die wege schon aufgeschüttet ne da fehlt ja noch ein ganzer weg wir brauchen da kommen wir nicht drum rum ok wenn wir das so ein genau weil hier möchte ich hier muss mir auch noch was machen da muss ja irgendwas hin kann man ja nicht einfach so offen stehen lassen das guckt ja behindert wo ist die schaufel da ist die schaufel dann hauen wir jetzt hier den Pfosten runter zack, 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 eins, zwei, drei, vier gut ja das schaut gut aus dann cobblestone daraus könnte man eigentlich half slabs machen dann verbrauch ich da nicht so viel material und jedenfalls kommt dann ganz oben drüber dreck so ja so wie macht man das hier mach mal das so das schaut schön aus dann lass mal den paar ecken da oben noch quer liegen quasi so drauf liegen so ja ja das ist gut wundervoll und dann kommt mal da die mini rein wie ich das hier drin auskleide weiß ich noch nicht so ganz aber das muss ich mal gucken genau dann geht hier so ja doch das geht schon das geht das geht das geht das geht wunderbar dann haben wir jetzt die mine da oben kann man auch ein bisschen naturalisieren vielleicht da habe ich dann slabs drauf und haben wir da so ein schönes überhängendes dach wunderbar ja 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 wir haben ein crafting table dabei den kann man dann einfach so hier in die ecke reinpacken eigentlich der steht nein der ist da wenig der steht da gut so alle klar von jetzt auf gleich steht die mine sollte man hier vielleicht noch eine fackel hinpacken irgendwo und da zwei weiter oben wenn es nicht ganz so hässlich ausguckt wunderbar das gefällt mir komm schön ok dann der brunnen den muss ich noch irgendwo anders hinlegen ich frage rechtecke oder linkecke ich würde ja eher auf linke ecke plädieren hm ich weiß es nicht rechte ecke linke ecke machen wir erstmal da hinten halt fertig dann fällt es vielleicht leichter jetzt wird schon wieder dunkel gut und leute ich gehe ins bett mir reicht es einmal rum 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 so rum nicht rum rum ab ins heilchen und schön schlafen und wieder aufstehen und weiter geht es bauen wir den weg so jetzt haben wir hier mal alles kompliziert kompliziert vollendet so hier würde sich ja irgendwie ein lagerhaus gut machen gut also da kommt der garten hin garten garten durchs wäldle kann man doch eigentlich stehen lassen soll ich dialekte heute mal wieder bissl dann kann man eigentlich hier ein lagerhaus für ihn packen oder ein lagerhaus für ihn packen oder das entlegen haben wir natürlich nichts mit so dann könnte man hier ein bäumchen hinstellen ab einmal ein bäumchen 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 ab einmal ein bäumchen